Hey Freunde, das ist Philipp von abmischenlern.de und heute möchte ich mal der Frage auf den Grund gehen. Equipment oder Erfahrung? Was ist wichtiger für das Abmischen und Mastern von Songs? Ich bekomme oft die Frage gestellt, hey Philipp, wie sieht es aus, welche Plugins nutzt du, beziehungsweise welche Plugins brauche ich, damit mein Sound noch deutlich besser wird? Ist das wirklich die Lösung oder sollte man das Geld dann doch eher in die Bildung stecken für Mixing und Mastering Themen? Das ist die Frage, die ich euch heute beantworten möchte und zwar beginne ich einfach mal mit dem Beispiel eines Fußballspielers. Nehmen wir mal Cristiano Ronaldo, der ist natürlich jetzt perfekt ausgestattet, der ist ein super trainierter Fußballer, trainiert jeden Tag, er hat natürlich auch das beste Equipment, also kein Wunder, dass er mit seinen super Nike Schuhen oder Adidas, ich glaube er hat Nike, aber ist auch egal, dort extreme Erfolge erzielt. So, wie wäre es denn aber jetzt, wenn ein Cristiano Ronaldo quasi einfach mal irgendwelche billigen Fußballschuhe bekommen würde? Würde er immer noch so gut spielen? Ich gehe mal davon aus, dass er trotzdem jeden normalen Fußballer immer noch locker in die Tasche stecken würde, auch mit schlechteren Fußballschuhen, aber wie sieht es denn aus, wenn jemand, der jetzt aus der Kreisliga, sage ich mal, das gleiche Schuhwerk für 400 Euro wie Cristiano Ronaldo trägt? Das macht ihn nicht automatisch einen sehr guten Fußballer. Und genauso ist es auch beim Mixing und Mastering, ja? Ihr müsst darauf achten, dass ihr trainiert. Trainiert heißt in dem Sinne, sammelt Erfahrung, hört euch so viel wie möglich Musik an, verschiedene Genres, achtet darauf, wenn ihr mischt, ja, lernt immer was dazu beim Mischen, ja? Versucht auch mal neue Sachen, macht nicht immer dasselbe. Dann ist es so, ihr solltet immer, also quasi ständig weiterbilden, sei es mit Videotutorials oder belest euch zu dem Thema. Es gibt auch gute Bücher dazu. Dann lernt ihr einfach deutlich mehr zu diesem Thema, als wenn ihr einfach blind ins Leere mischt, sozusagen. Allerdings ist es auch wichtig, dass ihr vor allem mischt, ja? Klar, ist es wichtig, guckt euch diese Videos an, guckt euch Bücher an, beziehungsweise, ja, nehmt euch Bücher vor, wo ihr wirklich was lernt zu dem Thema, hört euch Interviews an von bekannten Mixing Engineers. Aber ihr solltet auch mischen und das am besten täglich, ja? Mischt einfach mal jeden Tag einen Song und sei es immer wieder derselbe, fangt wieder bei Null an. Und dann, ihr werdet besser dadurch, ja? Denn ihr werdet Sachen einfach besser wahrnehmen, sie anders hören. Und das ist eigentlich auch schon die Antwort auf die Frage, was ist wichtiger? Ist jetzt Equipment wichtiger oder die Erfahrung? Wobei ich da nicht verschweigen will, dass wenn ein Cristiano Ronaldo jetzt zum Beispiel mit schlechten Schuhen spielt, dass er vielleicht nicht mehr wirklich diese hundertprozentige Spitzenleistung, ja, erzielt in einem Spiel, wie er das vielleicht mit seinem perfekten Schuhwerk, ja, erreichen könnte. Aber er wird wahrscheinlich immer noch auf 80 bis 90 Prozent spielen. Und genau darum geht es erstmal. Erreicht erstmal diesen Standard und dann kann man sich überlegen, welche Plugins hole ich mir jetzt? Beziehungsweise, welche ist nicht Plugins, sondern auch Hardware meinetwegen? Stock ich da nochmal auf? Stecke ich da nochmal richtig Geld rein? Aber ihr solltet zunächst einmal Zeit und Geld wirklich in die Bildung des ganzen Themas stecken. Denn das bringt euch deutlich mehr, als jetzt einfach den besten Kompressor auf dem Markt zu haben für 3.000, 4.000 Euro. Das wird euch vielleicht, ja, kurzzeitig, sag ich mal, befriedigen, weil ihr denkt, oh ja, das klingt wirklich gleich geiler. Und ich will es nicht verschweigen, es ist auch so, die Sachen klingen teilweise besser, beziehungsweise man bekommt sie schneller dahingehend eingestellt, dass sie wirklich geil klingen. Allerdings kann man auch mit wirklich, ich habe es ja auch ab und zu schon mal gezeigt, dass ich teilweise wirklich die ganz normalen Standard-Logic-Plugins nutze. Und die nutze ich auch wirklich bei Projekten für Kunden, die bei mir Mixing und Masterings anfragen, nutze ich auch diese Plugins, weil die halt wirklich einen sehr guten Sound haben und man mit denen sehr, sehr viel anfangen kann. Aber natürlich in bestimmten Situationen kenne ich einfach meine, sag ich mal, meine externen Geräte sehr gut und weiß ganz genau, okay, wenn ich den jetzt so einstelle, bekomme ich innerhalb von Sekunden dieses Ergebnis, was ich vielleicht mit einem normalen, kostenlosen Plugin oder Gerät jetzt in dem Sinne nicht schaffen würde. Deshalb, investiert Zeit und Geld in eure Bildung und dann klappt das auch mit dem Mixing und Mastering deutlich besser. Und wie gesagt, ich bin immer auf der Seite der Erfahrung. Was natürlich auch noch schön ist, ist der Punkt, wenn ihr eure Songs wirklich mal auf einer richtig geilen Anlage gehört habt. Ob ihr die jetzt immer zu Hause haben müsst, ist was anderes. Aber wenn ihr einen Song auf einer richtig geilen Anlage hört, den ihr vorher bei euch gemischt habt und den ihr in- und auswendig kennt, dann ist das auch eine Riesenerfahrung, weil ihr nehmt Sachen ganz, ganz anders wahr. Deswegen, es ist immer wichtig, natürlich für einen Mixing-Ingenieur, das möchte ich nicht verschweigen, dass er nur das mischen kann, was er hört. Wenn er was nicht hört, dementsprechend kann er es auch nicht abmischen. Deshalb, klar, Erfahrung, wie gesagt, sind 80%, aber die letzten 20%, meiner Meinung nach, kommen durch das Equipment. Und wenn ihr natürlich die 100% so in dem Sinne haben wollt, dann müsst ihr auch das perfekte Equipment dafür holen. Aber wie gesagt, den Großteil könnt ihr durch Erfahrung und Bildung quasi wettmachen. Und in diesem Sinne, ich hoffe, das hilft euch weiter, weil, wie gesagt, ich bekomme die Frage relativ häufig gestellt. Ich weiß, manchmal ist das ein bisschen unbefriedigend, weil natürlich wäre es schöner, hätte ich jetzt gesagt, hey, es gibt das Plugin und es gibt die Hardware und dann klingt euer Mix richtig, richtig geil, aber leider ist das nicht so. Deswegen, ich will hier nur ehrlich mit euch sein. Ich hoffe, das hilft euch trotzdem weiter, aber, wie gesagt, der Erfolg benötigt manchmal ein bisschen mehr Zeit, aber es lohnt sich im Endeffekt, weil das kann euch dann auch keiner nehmen. Equipment kann kaputt gehen und dann müsst ihr trotzdem weiterarbeiten im schlimmsten Fall. Also, ihr wisst, denke ich, was ich meine. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal. Und wenn euch das Video gefallen hat oder es hilfreich für euch war, dann schenkt dem Video doch bitte einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen. Falls ihr Fragen zu Mixing und Mastering Sachen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare unten. Und, ja, gerne auch Video-Vorschläge. Ich notiere mir wirklich jeden Video-Vorschlag. Wie gesagt, ich muss immer gucken, wann ich die bringen kann, aber, ja, ich notiere mir jeden. Und irgendwann wird auch jeder sozusagen veröffentlicht. Da gebe ich mein Wort drauf. Manchmal dauert es länger, manchmal geht es schneller. Und wenn ihr meine fünf besten Mixing-Tipps haben wollt, dann solltet ihr euch jetzt mein kostenloses E-Book runterladen, was ich einmal oben im Video verlinke und einmal unten in der Beschreibung. Also, ihr müsst nur einmal auf den Link klicken. Dann kommt ihr auf meine Webseite und dort könnt ihr euch quasi mit eurer E-Mail-Adresse eintragen. Sobald ihr das getan habt, schicke ich euch das kostenlose E-Book mit meinen fünf besten Mixing-Tipps sofort zu. Und darüber hinaus bekommt ihr jede Woche einen kostenlosen Mixing-Tipp oben drauf. Und falls euch das irgendwann nicht mehr interessieren sollte oder ihr keinen Bock mehr drauf habt, wie auch immer, könnt ihr euch jederzeit völlig kostenlos und unverbindlich wieder abmelden. Ich hoffe, das ist ein Deal. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Das ist Philipp von abmischenlern.de. Ciao.